Mein Herz Guten Abend, Tünja. Hört mir irgendwer? Konnust erworben. Ah ja, nie kann ich hier. Guten Abend, nüch haben die Gute-Nacht-Geschicht verjönt von Tante Anna. Mein Herz, das freut sich heut in dieser schönen Zeit. Es lobt und dankt mit hohem Mut. Mein Heiland ist so gut. Tünja, ich freu mich so, dass die Nuwada wählen die Geschichte heuschen. Nu wählen die 5. Mose auf der Vers 12 lesen. Die Uren Gottes, das steht immer auf uns rauf. Von Anfang von dem Jahr batte sie ihn ein. Tünja, nun wählen die früheren. Wie geht die dort? Wenn das Jahr ganz täsch ist und die in das 9 Jahre näher kommen. Dann ist das erste Jahr vergoen und dann essen ganz 9 Jahre. Mit 325 Türen. Dort essen Schöf, nicht wahr? Nu wähle ich mal fragen. Wie ölt wirst du in das vergoene Jahr? Ja, und wirst du das? In diesem 9 Jahre, dann wirst du ein Jahr erler. Und wenn das Jahr vergoenen ist und ein anderes Jahr auffangt, dann wirst du weiter ein Jahr erler. Und so wirst du wohnen und wirst immer erler und immer gerater. Vielleicht kämpfst du nächstes Jahr eine Schölle. Vielleicht wärst du auch gelater. Und dann kämpfst du einfach in eine höhere Klasse. Das kann sein, dass du vielleicht sogar von der Geburtstag hast. Dann wünschst du dich Gottes Reden sehen für das kommende Lebensjahr. Was wünschst du dir teilen in das kommende Jahr? Wirst du dem Heiland noch viel Läufe haben, als du dem ein vergoene Jahr läuft hast? Uns Leben ist von dem Sehen Gottes aufhängig. Heu können uns unsere Sünden verzeihen. Heu können uns alle Lehnisse und alle Böse wird verzeihen. Ja, heu verzeht uns auch so gerne unsere schlechte Gedanken und unsere frage Antworten, wann wir arm darum werden. Und wo die, wann der Herr uns auch nie zu erscheinen geht, dann wählt er uns auch, und dort ja sehen. Heu will uns behüten und beschützen, wann wir auf den Gold spielen, oder wann wir in der Schule gehen. Alle wissen, wo es gefährlich ist. Und in der Bibel steht dort, der Jungen Gottes, der steht auf uns rauf. Von wo steht der Herr Jesus auf uns rauf? Wollt ihr dort, Tänja? Natürlich wollt ihr dort. Von Himmel steht der rauf. Und hoi seht alles, was wir tun. Und hoi seht auch, dass wir unsere Älteren lieb haben. Und ob wir uns gehorchen tun. Hoi seht auch, wann wir zum Gottesdienst gehen. Oder der Tänja stöhnt. Hoi seht auch, wann wir durch verschiedene Däume hätten mögen. Oder wann wir irgendwo mit unseren Tänja sind. Und irgendwo schlechte tun. Alles seht euch. Gott, der sieht von Anfang von dem Jahr, bade sie ihnen ein, alles, was wir tun. Du wehren, wer wie Läufer irgendetwas gehtet tun. In Bärden, dort hoi uns da behalten det. Jo, wir haben auch manche schöne Feste in dem Jahr. Wenn Fest gleiche am dollsten. Ich denke, die wollen bestimmt Weihnachten gleiche. Auf Weihnachten, dann sind die Familien immer alle Töp und die beschenken sich. Die würden dann schon nicht jeden, jeden. Und dann würden die Töp singen. Welche Mädels lädt dort nicht üt. Und besonders schön ist, wann die Tänja dann auch noch Gedichte ab sein. Ein Gedicht ütwendig lernen, dort ist nicht einfach. Aber Ola freien sich, wann die Tänja von klein ob irgendetwas schon nicht ütwendig geliert haben. Und wo die wer sich noch freit? Der Herr Jesus. Jo, dort ist unstrengend. Wut ütwendig gelieren. Aber der Herr Jesus freit sich, wann die Tänja verarmt wo dünn werden. Hörst du mal, wenn dir dich der kleine Jüngte ab sein geht. Willkommen, liebes junges Jahr. Mit deinen Wünschen, frisch und klar. Mit deinen raschen, frohen Schritt. Sag an, was bringst du Gutes mit? Vom Himmel her, da kommt dein Gang. Drum ist mir auch von dir nicht bang. Du bist von lieben Gott bestellt und bringest frohen Gruß der Welt. Ist das nicht ein schönes Gedicht? Vielleicht habt ihr andere Gedichte geliert. Dann mögt ihr euch auch müdeig ab sein. Der Gott ist ihr. Und wir schauen es dort, wann die Tänja auch nicht für jeden, dort seit dem Niedjahr auch ihre Mami und Papi herzlichen Glückwunsch wünschen. In Gottes Serien. Auch nicht bloß die Mami und Papi, auch die Oma und Opa auch der Nubasch, auch der Freund. Ja, wir möchten allem Gottes Sein wünschen. Und nun werden wir nach Töp beten. Läufer Gott, möge mich froh, dort euch in den Himmel komm. Behüte mich auch dieses Jahr. Für den ersten Tag, bei dem letzten. Amen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Und Der Zeiger unserer Zeit nimmt keine Rücksicht auf das, was wir empfinden, was wir gerne länger noch genießen würden. Doch bleibt die schöne Erinnerung und dankbar schauen wir auf zum Himmel. Sie war schön, die Zeit mit dir. Sie war schön, Gott schenkte sie, damit wir geistig verhalten. Wir danken unserem Gott dafür, dass diese Zeit mit dir gute Spuren hinterließ. Wie gut tat es, einander zu vertrauen und frei zu reden, wenn es Freuden oder wenn es auch Probleme gab. Vor Gott zusammen kniete nieder und warten füreinander um Hilfe. Sie war schön, die Zeit mit dir. Sie war schön, Gott schenkte sie, damit wir geistig reiten. Wir danken unserem Gott dafür, dass diese Zeit mit dir gute Spuren hinterließ. Mit Hoffnung schenkt, Mit Hoffnung schaust du in die neue Zukunft. Wir gönnen dir das Blöden, das Gott dir und deinem Mann zugedacht. Wir wünschen euch nun Gottes Segen, dass ihr zu seinem Ruhm möget leben. Sie war schön, die Zeit mit dir. Sie war schön, Gott schenkte sie, damit wir geistig freuten. Wir danken unserem Gott dafür, dass sie mit dir zu sein. Das wird die Tänja-Ondacht über den Bürg, denn ihrer ist das Himmelreich. Von Jost Müller-Bohn. Gute Nacht, schluckt schön. Gute Nacht.